Ich will da rein. Ich hab sie noch nie gesehen. Ja, weil ich 25 Jahre lang im Koma lade. Sie können hier nicht einfach so wieder anfangen. Warum nicht? Es gibt Tests, die Sie absolvieren müssen. Mit Weg im Schritt. Das hab ich noch nicht erlebt. Mit Bravour bestanden. Sogar besser als die Jüngeren bewerben. In den Tal hat er auch deren Entwicklungsstand. Stell dir jemand an die Seite, der diese Defizite ausgleicht. Das ist der Ex-Lisa. Das ist 25 Jahre her. Für ihn war das gestern. Baby, da bin ich. Du weißt schon, dass ich verheiratet bin? Der Gartensberg. Scheiße! Ein Vollblutpolizist. Schwer verwundet im Diensteinsatz. Ich muss das Schwein finden, dass mir das auch nicht getan hat. Den Spaß wird doch wohl erlaubt sein. Sie sind so ein Idiot. Das glauben Sie ja nicht, wer Sie sind. Nick Priska und Kripo Essen. Ich hab nicht besonders viel Lebenserfahrung. Aber ein ganz gutes Bauchgefühl. Das unterscheidet auch gar nicht zwischen Ölaugen und Brillenflang. Das sind nur zwischen Arschloch und kein Arschloch. Und Sie gehören mit Sicherheit in die erste Kategorie. Schönen Tag noch.